Ich versteh's nicht. Aber hier gibt's sogar keinen Schalter, oder? Ist der da vorne, der Augenschalter gemeint? Kann sein, dass der Augenschalter jetzt irgendwas gemacht hat? I don't know. I don't know. Aber du hast doch schon weiße Blöcke. Das stimmt zwar. Ja, bis dahin bin ich verungert von deiner Tür. Ich glaube, dass es dieser Bodenschalter auf der Säule war, den du schon aktiviert hast. Bodenschalter auf der Säule? Du meinst, der weiße Block, der jetzt da ist, ist quasi schon einer von denen wahrscheinlich, ne? Okay. Ähm, Zelda-Junge, du vergisst meinen Texten, Stimme zu verändern. Plus fünf Minuten. Ich weiß nicht, was du meinst. Wann hab ich das vergessen? Warte mal, hab ich irgendwas von dir vorgelesen? Stimmt, da oben. Das zählt nicht. Das mach ich sporadisch. Nein, nein, nein. So, warte mal. So, hier könnte es möglicherweise sein, dass ich auch hier nochmal mit denen Feuer entferne. Mann! Natso, würd dir gerne helfen. Aber muss mich um zwei Eidbrecher hier kümmern. So, warte mal. Ich mach hier mal Feuerinfernung. Mal gucken, was passiert. Okay, da hat... Äh, 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 hallo? Pass mal auf kurz, hier! Sollte das... Ja, also wir haben jetzt einen Augenschalter, aber das bringt mir ja nichts. Deswegen kann ich trotzdem nicht hier durchschießen. Oder haben wir hier noch irgendwo was anderes? Warte mal, ich mach mal kurz eine Wirbelattacke. Nö. Ich glaube, ich muss erst von der anderen Seite kommen. Guck mal, da drüben haben wir nämlich auch noch einen Augenschalter. Kann sein, dass ich da erst von der anderen Seite kommen muss. Wir drehen einfach mal wieder, wenn der Zeltjunge dafür ist. Ja, Algarza, wenn du... Wenn du möchtest. Hast du... Hast du da Bock drauf, dass wir mal drehen? Dann antworten sie jetzt mit... Um zu drehen. Sie dürfen die Browd jetzt küssen. So. Ähm, und hier... Waren wir hier schon drinnen? Gucken wir auch nochmal kurz rein. Du-lü-lü-du-l-dai. Ja stimmt, hier sind überall schon weiße Plattformen, ne? Hier war auf jeden Fall eine Fee drinnen. Scheiße. Hallo. Okay. Algarza, du bist jetzt Mann und Frau. Mit dem Rad. Anvisieren ist nicht erlaubt. Okay. Also wir fangen jetzt wieder von vorne an. Es gibt da eine Einstellung für Geschenke erhalten. I'm not sure. Okay, da komm ich nicht ran, oder? Komm ich da ran? Doch, ich komm ran. Alles klar. Frage ist, komm ich da jetzt... Eieiei. Und mit wem hast du her in der Zeit verheiratet? Mit dem Death Wheel. Passt ganz gut, finde ich. Oh Gott, ey. Okay, ich darf nicht anvisieren. Eva, wo ist der Beweis? Wir brauchen Beweisfotos. Hast du Screenshot? Hast du den Beweis? Kizune ist Jeansrichter. Kizune ist Jeansrichter. Ja, Jeansrichter. Kizune ist Jeansrichter. Die überprüft das. Oh Gott. Jawoll. Herzchen. Okay. Dieser fette Eishaufen da, ne? Also theoretisch... Theoretisch könnten wir das irgendwie so machen, dass wir immer einen haben... Im Stream. Der darf jederzeit... Jederzeit darf der das Death Wheel drehen. Das könnte man theoretisch machen, oder? Der wird jeden Stream halt neu bestimmt. Alter, das war richtig gut, ne? Würde ich grad weggefetzt haben. Wie viele Pfeile hab ich? Wenn er stirbt, 5 Minuten dazu, genau. Der Jeansrichter. Ja, das ist der Jeansrichter. Kizune ist der Jeansrichter. Ne, ne. Der wird jeden Part neu bestimmt. Und Natsu darf nie... Natsu... Natsu, äh... Dreht ja immer. Dreht immer, solange bis irgendwas kommt, was richtig assi ist. Nazi... Äh, Nazi. Natsu darf das niemals machen. Niemals. Ne. Aber ja, ähm... Irgendwie... Der Jeansrichter hat gesprochen. Menö. Sag ja, erzählt der Junge. Ja, ich will. Bitte. Ich möchte. Ähm... Da geht's hoch. Ey, ich hab heute noch nicht gedreht. Das ist doch gut, oder? Und laut Google muss ich auf Mitglied werden drücken, dann auf die drei Punkte und da soll es... Was soll ich es erlauben? Aber da hab ich es auch noch kein... Aber da hab ich auch keine Geschenke erlauben-Button. Komisch. Kann ich da irgendwas machen? Warte mal, ich guck mal kurz. Äh... Kanalaktivität. Nutzer vorübergehend blockieren. Als Moderator. Nutzer auf diesem Kanal ausblenden. Entfernen, Entfernen, Melden, Nachricht anpinnen. Zum Kanal. Ich hab auch nichts. Ich kann auch nichts machen. Leider. Versteh ich's nicht. Also, das Problem haben ja öfter mal Leute, ne? Also, normalerweise ist da unten ein Schalter, ne? Und da soll ich den Block draufschieben. Und das sieht irgendwie komisch aus, wenn ich ehrlich bin. Aber... Upera? Ah, okay. Das kann vielleicht auch... Ja, vielleicht hängt's da mit dem Proser zusammen. Also, ich hab ein Geschenke erlauben-Button gehabt. Okay. Hoffentlich alle mal dran mit dem Dauerdreh. Hm. Was passiert denn, wenn ich das jetzt da runterschmeiß? Nix. Ach so. Hätte ich mit dem Block vielleicht hier hingekonnt? Oder kann ich das wegsprengen? Krabbelmine? Krabbelmine? Funktioniert sowas? Oh. Oh. Ja, das war ziemlich gut, ne? Ähm... So, da kam ich her. Und da muss ich jetzt hin. Nazi hört sich süß an. Ich heiße Nacho! Nazi-Leine süß. Oh Gott. Das ist ja immer ne verrückte Mechanik. Ja, das war irgendwie, äh... Random. Aber da haben wir auch schon wieder solche Blöcke. Guck mal, da können wir theoretisch auch schon wieder mit ner Krabbelmine an... starten, oder? Da haben wir ne Kiste. Da sieht auch alles schon wieder ganz weird aus da drin, ne? Meint ihr, ich kann... Hier so einfach... Ich hab nicht mehr so viele Krabbelminen, ne? Wir hatten mal so viele. Oh Mann. Hm... Ich mach mal ein Save-Point, Leute. Ganz ehrlich, ich möchte nicht rausgehen, weil ich keine Krabbelminen mehr hab. Ich hoffe, das ist okay für euch. So. Irgendwie... Kriegt man das bestimmt ganz random hin. Ey, Eva! Eva verschenkt wieder fünf Mitgliedschaften. Aber es hat keiner... Es hat kein... Was ist da los, Laura? Mitgliedschaft zum Verschenken kaufen? Ne. Geht nicht. Weißt du, Mitgliedschaften... Mitgliedschaften ist ein Verschenken kaufen. Komm ich da nicht mehr weg? Ich muss kaufen! Ich muss kaufen! Ah, jetzt geht's wieder. Ja, keine Ahnung, Leute. Also, es tut mir echt leid für dich, Laura. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich glaube einfach, dass du YouTube mich hast. Das kann natürlich auch sein. YouTube ist scheiße. Zu dir. Oh Gott, jetzt hab ich das gesagt. Jetzt werd ich gebannt. Ich weiß nicht, soll ich mal runtergehen? Vielleicht müsst ihr auch von der anderen Seite irgendwie machen. Unter Wasser kann ich ja keine Krabbelminen machen. Sag mal... Was ist denn los mit euch? Dankeschön, Leute. Aber... Ihr ballert jetzt so lange raus, bis es klappt, oder wie? Ich hab keine Kinder. Was? Es tut mir leid, Stefan. Ich glaube, du musst es erlauben unter Google-Einstellungen. Aber wie funktioniert das? Leute, wie spreche ich denn das Ding da jetzt weg? So vielleicht? So ganz komisch aus der Ecke? Könnte das klappen? Ähm. Ach komm! Das war so gut. Okay, wir haben ein Save-Point gemacht, ne? Also... Wer hatte ich? Keine Ahnung. Unter Google-Mail zum Beispiel. Hä, warum rollt der denn jedes Mal da rein? Mann, wir hatten mal so viele. Okay. Wir hatten mal richtig viele Krabbelminen. Das ist jetzt alles... ...hinfällig geworden. Du musst es von der anderen Seite machen. Das ist der Trick. Okay, ich muss das mal von der anderen Seite. Also wie gesagt, wir haben ja ein Save-Point. Äh... Wäre nur doof, den zu laden, weil das dauert irgendwie mal komischerweise sehr lange. Okay, du musst es von der anderen Seite machen. Ah ja, stimmt. Einfach so hier, ne? Einfach hier. Oder auch nicht. Das hat jetzt auch nicht geklappt. Ähm. So, hier. Das ist gut. Ja! Geil. Cool. Wir haben jetzt aber nur eine Krabbelmine. Das ist halt doof, ne? Ich hoffe, das reicht. So, was passiert jetzt? Okay. Let's go! Tür ist aufgegangen. Okay. Weiter geht's. Ich hoffe, ich brauche demnächst erstmal keine Krabbelminen mehr. Oh Gott. Richtig fieser Tempel, auf jeden Fall. So. So. Hey, Gokanto! Vielen Dank! Vielen Dank für deine Mitgliedschaft. Ihr seid so super, ne? Dass ihr alle versucht, äh... Für... Für... Laura eine Mitgliedschaft zu erwerben. Wollt ihr eigentlich mal wieder drehen? Weil ihr habt jetzt tausend Mitgliedschaften hier, äh... Reingeballert. Wollt ihr mal wieder drehen? Wow! Was haben wir denn da Schönes? Boski einfach. Now you can get inside the chamber where the boss lurks. Ohne Fee. Wir bekommen hier so viele Feen, ne? Alter, was? Warst du schon die ganze Zeit da? Ich drehe beim nächsten Stream, okay? Dulu. Hm. Ihr wollt alle sparen. Hehehe. Oh, Mann. Okay. Wir haben jetzt den Boski. Boski ist zwar cool, aber eigentlich habe ich auf was anderes gehofft. Na? So, hier komme ich jetzt gar nicht mehr weg, hä? Okay, Susanne möchte drehen. Let's go. Mal gucken, was wir kriegen. Stimme verändern beim Lesen des Sche... Oh. Schon wieder. Okay. Alles klar. Gugano möchte auch drehen. Aber, äh... Warten wir erst mal ein bisschen, oder? Oder will er trotzdem drehen? Schon krass, dass er zweimal so dicht hintereinander kommt. Gugano hat einen Dreh offen. Wurde gerade überlesen. Kevin, Caro ist jetzt der... Mille-Sänger. Der Mille-Sänger. So, wir hauen erst mal wieder ab. Wie komme ich jetzt eigentlich hier wieder raus? Okay. Nice. So, hier holen wir jetzt noch eine Fee. Okay. Okay, dann wird mein Dreh für den nächsten Schienen genutzt. Luca ist jetzt ein Mitglied geworden. Und... Ach man, Alka-Zaar. Dankeschön. Es klappt alles nichts. So. Wo kriegen wir denn jetzt so ein paar Schlüssel her, Leute? Ich habe jetzt meine Schlüssel alle ausgegeben. Und habe jetzt einen Boss-Key. Aber das bringt mir ja nichts. Ich komme ja jetzt nicht mal mehr hoch, ne? Ich hätte meine Schlüssel vielleicht erst mal andersweitig investieren sollen. War das schlau, was ich gemacht habe? Äh... Also theoretisch... Ich gehe mal kurz raus und wieder rein. Habe ich noch Kaffee? Ich habe noch ein Stück Kaffee. Auch Lucy kommt hier um die Zeit nicht mehr rein. Was ist Lucy? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Zählter Junge, wenn ich wieder den fiesen Zungenbrecher poste, liest du ihn dann wieder? Aber diesmal mit verstellter Stimme vor? Jetzt willst du das machen? Komm, mach. Ich hau ihn rein. Ah, der gute Schluck Kaffee gehört dazu. Ja, auf jeden Fall. Achso, sorry. Ah! Ah, der gute Schluck Kaffee gehört dazu. Kevin Karo ist der Mini-Sengu. Huhu! Okay, jetzt gehen wir nochmal rein. Machen den Wasserstand erst mal wieder hoch. Dann müssen wir mal gucken. Ich glaube, ich habe jetzt keine Scheiße gemacht. Wäre echt dumm. Hier haben wir ein Auge. Das bringt mir aber auch nichts. Hier haben wir eine Plattform. Da brauche ich aber Schlüssel. Guck mal da oben. Wie siehst du das? Oh, da kommt wieder einer an Gras. Bitte behalte das bei. Bitte behalte das bei. Das finde ich. Ich finde, das passt sehr gut. Guck mal. Das ist nichts, ne? Das ist einfach nur ein Popel, der rausguckt. Oder Tee. Oder Tee. Möchten sie Tee? Hier sind überall Schlüssel. Wo soll ich denn die ganze Schlüssel herbekommen? Hä? Ach so, da. Whisky Mixer. Mixed Whisky. In dichten Fichtendickicht. In dichten Fichtendickicht. Mixed Whisky Mixer. Willi Whisky. Äh. Wo soll ich jetzt, wo soll ich jetzt Schlüssel herbekommen? Wie soll ich jetzt, wo soll ich denn die Labe? Ich will das. Ich will das em. Ich will das. Ich will das. Vielen Dank.